so jetzt eine eigenkreation von pyro overkill xl effekte 13 schuss sorry hatte die finger vor der linse 325 gramm overkill 2.0 die soll ja besser sein als die alte oder irgendwie sowas keine ahnung ja dann würde ich sagen da steht das schwein ja dann würde ich sagen zündung ich bin gespannt kann man sich holen die ist echt geil